Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich möchte euch heute eine Partie zeigen vom Jan Werle aus der Bundesliga. Und in dieser Partie hat er diese Diagonale von B2 nach G7 wunderbar genutzt, um einen schönen Angriff zu starten. Und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Also viel Spaß. Und damit willkommen zurück beim Schachstrategen. Schön, dass du dabei bist. Diese Partie, wir schauen aus der weißen Sicht vom Jan, begann mit der nimmt zur indischen Verteidigung. Und ihr wisst ja, die spiele ich selber auch ganz gerne. Besonders dieses F2, F3, diese Knoch-Variante. Die kam jetzt hier aber nicht aufs Brett, sondern es kam hier E2, E3. Und trotzdem konnte auch ich von dieser Partie aus dieser Öffnung noch etwas mitnehmen. Denn das ist gleich ein spannender Moment, wie ich finde. Rochade ist alles noch Theorie soweit. Laufer D3, D5. Natürlich kann Schwarz hier auch mit C5 spielen, ja und so weiter. Deswegen, wir wollen hier nicht jeden Zug auf die Goldwaage legen. A2, A3 gibt das Tempo ab, um diesen Läufer zu befragen. Im Regelfall tauscht er sich auf C3. Und dann macht Schwarz diesen Gegenschlag im Zentrum. Und weswegen diese Eröffnung und diese Reihenfolge auch für mich vielleicht interessant ist, liegt darin, dass Weiß jetzt am Zug hier auf D5 schlägt. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wie ihr zurückschlagen würdet. Natürlich gibt es hier grundsätzlich alles. Also ich glaube, es ist auch jeder Zug schon gespielt worden. E mal D, Springer, Dame. Auch der Zwischenzug C mal D ist schon gespielt worden. Aber in unserer Partie folgte Dame D5. Das ist eine der Hauptzüge. Jetzt gucken wir uns nämlich mal eine Variante an, wenn Schwarz nämlich zum Beispiel hier mit dem E-Bauer nehmen würde. Und das ist der Punkt, an dem ich mit meinem F2, F3 wieder in diese Knoch-Variante überleiten könnte. Wobei ich dann einige kritische Varianten von Schwarz verhindert hätte. Die Idee ist jetzt Springer E2 zu spielen, Rochade und irgendwann, irgendwann mal E3, E4 anzustreben. Aber in unserer Partie hat Schwarz das verhindert mit einem Damenzug. Und er greift auch den an. Und den müssen wir decken. Machen wir mit im Entwicklungszug. Ich glaube, bis jetzt ist noch nichts super Spektakuläres passiert. Außer dass Schwarz natürlich jetzt hier, naja, einen Bauern weniger im Zentrum hat, in Anführungsstrichen. Also etwas weniger Einfluss. Dieser Bauer auf E6 blockiert natürlich auch so ein bisschen diesen Läufer zerrt. Also soll der hier über B7 oder A6, je nachdem nach belieben, entwickelt werden. Und jetzt kommt ein spannender Moment. Denn hier könnt ihr ja mal schauen, ob ihr hier eine Idee habt. Natürlich kann man hier mit Rochade fortsetzen, ja, und dann vielleicht den Läufer raus oder versuchen, irgendwie Turm E1, Dame E2, irgendwas zu spielen, um vielleicht E4 zu spielen oder vorzubereiten. Jan dachte sich, na, weißt du was, kann man hier mal ein Läufer, ist ja auch auf C1, ist ja auch noch nicht So der große Held, hier wird ja wohl nichts mehr. Weiß geht davon aus, dass Schwarz das Feld E4 ausreichend kontrollieren wird und dass dieser Vorstoß E3, E4 damit eben nicht mehr möglich ist. Was mache ich also mit meinem Läufer? Nun, dann stelle ich den eben auf B2. Dafür müsste ich aber im Zweifelsfall ja hier eine Wirkung erreichen. Und das kann ich nur, ja, wenn diese Bauern hier eben vorgerückt sind oder weggetauscht sind oder irgendwas. Und deswegen spielt weiß hier C3, C4. C3, C4. Greift die Dame an, okay, die Dame zieht weg. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, prima, dann mache ich jetzt eben Läufer B2 oder Rochade und normale 0815-Standardzüge in Anführungsstrichen. Aber Jan ist Bundesliga, ja, und da sind natürlich auch kreative Ideen gefragt. Und da ist Aggressivität gefragt. Und naja, er kommt hier mit einem Zug um die Ecke. Wer den nicht kennt, mag auf den ersten Blick überrascht sein. Wir können mal überlegen, dieser Läufer, wenn der auf B2 gleich steht irgendwann, auf dieser schönen Diagonale, ja, der will natürlich hier schon so ein bisschen den Punkt G7 im Auge haben. Wie können wir den Punkt G7 noch angreifen? Naja, im Zweifelsfalle irgendwie über die G-Linie. Aber der G-Bauer steht im Weg. Nicht mehr lange, ihren Opfern war einfach, ja, und die Kleinen, die stehen nur im Weg, die müssen weg, damit die Linien aufgehen für die Großen. Ja, was soll Schwarz machen, ja, er müsste, er muss natürlich dieses Gambit irgendwie annehmen. Okay, und Turm G1. Und jetzt sehen wir schon, jetzt versucht, weiß, einen gewissen Druck auf diesem Bauern, auf diesem Punkt G7 über diese Diagonale, über die Linie. Okay, die Dame muss weg. Jetzt steht der Turm hier auf G1. Jetzt kann man noch Turm G5 einschieben, ein bisschen die Züge wiederholen. Jetzt kann man sich selber überlegen, steht der Turm jetzt auf G3 oder auf G5 besser? Will ich vielleicht sogar nur Remy? Ja, wie auch immer. Hier sagt sich dann, ja, ich glaube, auf G5 steht der Turm sehr, sehr gut. Und hat sich jetzt gedacht, ja, dann spiele ich jetzt den Läufer raus. Für mich will ich nicht, ich will hier Action. Ja, und jetzt seht mal, wenn ich hier den irgendwie vorziehe, wie auch immer, dann droht schon Läufer F6, weil dieser Bauer gefesselt ist. Vielleicht kann sich der ein oder andere von euch daran erinnern, dass ich euch mal ein Beispiel von Wladimir Kramlik gezeigt habe, auch wie der mit diesem Läufer gearbeitet hat. Das sind durchaus Ähnlichkeiten, die immer mal wieder sich wiederholen und vom Motiv her sich wiederholen. Von daher lohnt es sich, solche Partien zu kennen. Genau, hier oben ist es dann verlinkt im Zweifelsfalle. Schwarz sagt sich, ich muss erstmal den Springer F6 denken. Okay. Und jetzt? Ja, was kommt jetzt? Ich muss nicht, aber ich will natürlich diese Diagonale öffnen. Ich will aber auch jetzt hier nicht zwingend auf C5 schlagen, weil dann im Zweifelsfalle nach B-C die B-Linie für den Gegnerschen Turm aufgeht, dass er hier vielleicht mit seinem Turm irgendwie meinen Läufer bedrohen kann. Also spiele ich D4, D5 und öffne damit diese Diagonale. Ja, es ist ein Bauernopfer. Potenziell. Aber... Schwarz nimmt ihn auch an. Durch dieses Schlagen ist natürlich jetzt hier auch dieses Feld F5 frei geworden. Also kommt der Läufer dahin. Ja, ihr seht, alle weißen Figuren spielen mit und die ganzen Thematiken, die wir in den letzten Wochen und Monaten und Jahren uns immer wieder erarbeitet haben, wiederholen sich natürlich und man kann sich wunderbar anwenden. H6 und C mal D hat weiß seinen Bauern zurück. Wir haben hier sogar potenziellen Freibauern. Noch nicht übertreiben, da sind noch genug Figuren, die ihn blockieren können. Aber wir haben alle Figuren im Spiel. Wir haben nur einen Bauern weniger. Ist das wert? Ich denke schon. Allein, schaut mal, wir haben hier quasi alle Figuren, die wir haben im Spiel. Während bei Schwarz der Läufer C8 noch nicht entwickelt ist und damit dementsprechend auch der Turm nicht. Die Springer stehen sich so ein bisschen selber auf den Füßen, in Anführungsstrichen, können nicht wegziehen. Macht die Sache nicht einfacher. Und hier gibt es schon die erste kleine Drohung und Schwarz hat hier G7, G6 in der Partie gespielt. Wir schauen uns mal eine kleine Variante an, was passiert, wenn so ein unbedachtes Läufer B7 kommt, wo man denkt, ja komm, mal Läufer entwickeln, um die Türme frei zu machen. Immerhin, die Springer decken sich ja und der ist auch ausreichend gedeckt und so weiter. Aber Weiß kann mit diesem Tausch hier auf G7 diesen Springer hier weglocken. Und damit hängt dann der G7 und schon ist die Partie entschieden. So schnell kann es gehen. Deswegen gehen wir in unsere Partie zurück. Deswegen hat Schwarz jetzt den Druck auf diesen G7 reduziert. Aber so ein Zug wie G6 ist natürlich super verpflichtend. Warum? Schau mal. Jetzt geht diese Diagonale noch weiter auf. Eieieiei. Das wollen wir ausnutzen. Aber wie? Hängt dieser F5? Noch nicht wirklich. Immerhin ist dieser Bauer ja hier gefesselt. Von daher droht da nichts. Kann der König mal zur Seite gehen, um diese Drohung aufzubauen? Könnte er. Aber damit würde er natürlich in diese Fessung reingehen und sich selber den Springer fesseln. Also ihr seht, Schwarz hat die Qual der Wall. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weiß sagt sich, ja, jetzt die Dame noch raus. Jetzt ist auch Läufer A6-Geschichten verhindert. Vielleicht sind mal hier die Opfer auf G6 möglich. Vor allem kann die Dame aber auch vielleicht mal nach C3 gehen, um auf dieser Diagonale was zu drohen. Und auch die lange Rochade wird vorbereitet. Ihr seht, mit normalen, einfachsten Zügen, in Anführungsstrichen, verbessert weiß seine Stellung immer mehr. Und Schwarz hat ein Problem. Er macht Springer E8. Okay. Zieht den Springer mal weg. Er hat auch diesen Punkt im Auge. Okay. Und weiß auch hier lang. Und jetzt sind wirklich alle Figuren im Spiel. Der Turm kann vielleicht hier hinkommen. Schwarz hat G7. Jetzt ist diese G-Linie unterbrochen. Jetzt droht vielleicht, naja, zumindest diese Angriffsfigur mal getauscht zu werden. Aber, naja, müssen wir jetzt den Läufer zurückziehen. Ist das nicht ein bisschen langsam? Und Jan denkt sich auch, nö, will ich nicht. Macht einen anderen Zug. Nämlich, ja, er geht auf diese Diagonale. Ja, diese lange Diagonale, die wir ja von langer Hand vorbereitet haben, geht jetzt doppelt besetzt mit dieser Batterie. Und es droht, im Zweifelsfalle, wenn der Springer wegzieht, den Läufer schlägt, zum Beispiel, ja, droht ja auch mal auf H8, nicht nur auf G7. Puh, das ist aber ganz bitter für Schwarz hier, der sich ja fast gar nicht mehr rühren kann. Was soll ich überhaupt noch spielen? Und er spielt C5, C4. Wir gucken uns mal eine kleine Variante an. Wenn Schwarz sagt, komm, ich könnte ja auch hier F6 spielen, um diese Diagonale zu schließen, ja, vielleicht auch diesen Turm mal anzugreifen. Nun, dann geht der Läufer einfach weg, was jetzt kein größeres Problem darstellt. Und nach König H8, gut, dann zieht der Turm halt zurück, ist ja kein Problem. Aber, dieser Läufer steht natürlich super. Diese Diagonale ist ja immer noch, immer noch brandgefährlich. Der Turm kann hier verdoppelt gleich hier kommen. Es könnte auch Turm H3 Ideen folgen, droht schon Damenfang, ja, und so weiter und so fort. Der Angriff ist nicht wirklich abgewährt und ihr wisst ja, jeder Bauernzug, den man macht, in der Nähe von seinem eigenen König, ist eine Schwächung. Und zum Beispiel ist der G6 damit noch mehr geschwächt. Also, das hätte auch nicht wirklich geholfen für Schwarz. Wir gehen in unsere Partie zurück und er spielte C5, C4. Er hatte zumindest noch eine nette Idee. Okay, wir schauen mal, Weiß sagt sich, okay, pass auf, ich schlage jetzt hier auf D7. Du wirst ja zurückschlagen müssen. Und jetzt hat Weiß eine sehr, sehr schöne Idee. Warum hat er denn auf D7 diesen Springer getauscht? Weil dieser Springer das Feld F6 kontrolliert hat. Und um zu verhindern, dass Schwarz jetzt, besonders wo wir den weißfältigen Läufer nicht mehr haben, sollten wir dieses F7, F6 vielleicht verhindern. Und das macht Jan, indem er Dame F6 spielt. Und hier könnt ihr mal reingucken, ob ihr die Drohung dahinter überhaupt seht. Mal abgesehen vom positionellen Aspekt, hat er auch eine ganz, ganz miese taktische Drohung. Denn es kam in der Partie C3, der war auch noch mit einer der besseren Züge. Wir schauen mal, was passiert, wenn so ein Zug wie, ups, Variante, wenn ein Zug wie Turm A nach E8 kommt. Und was ist die Idee von Weiß gewesen, von diesem Dame F6? Dann folgt Turm H5. Wow, was für eine Ablenkung. Die Dame kann nicht schlagen, weil sie an den G7 direkt halten muss. Und der Bauer kann nicht schlagen, weil er gefesselt ist, weil die Dame einfach ungelegt ist. Die Dame hat auch kein Feld und die kann nichts ziehen. Gut, dass wir unseren Bauern hier haben. Und ja, damit ist die Dame weg und damit ist die Partie weg. Und deswegen denkt sie schwarz, okay, dann spiele ich C3, eine der Hauptideen von C5, C4, um jetzt diese Diagonale zu schließen. Natürlich, den müssen wir nehmen, sonst haben wir diese Diagonale nicht mehr. Aber jetzt kriegt es schwarz einen Turm und ah, jetzt könnte unser König auch offen werden. Ihr seht, in der Bundesliga wird mit allen Mitteln gekämpft. Jetzt muss der König zur Seite aus der Fesselung und es droht ja jetzt hier immer noch, es droht immer noch Turm H5 jetzt. Und schwarz, ja, was soll er machen? Er muss mal diese Qualität weggeben, ja. Diesen Läufer, der ist ja auf dieser Diagonale, der hat die ganze Partie dominiert und die letzten 20 Züge oder letzten, ja, 15 Züge immer wieder Drohungen kreiert. Außerdem ist das vielleicht ein Verteidiger des Königs. Vielleicht kriegen wir jetzt hier auf der C-Linie nochmal irgendwie eine Form von Spiel, den Läufer hier hin und den Turm Richtung C2 oder irgendwas. Auch Dame H3 gewinnt nochmal ein Tempo auf den Springer. Schwarz versucht, ein Gegenspiel zu kreieren. Und jetzt ist wieder so ein spannender Moment, wo, naja, ein Bundesligaspieler, ein guter Spieler, ein GM, der weiß einfach, der muss jetzt das Gegenspielen verhindern, natürlich. Er muss aber auch trotzdem weiter am Ball bleiben. Er muss weiter Druck machen. Hilft alles nichts. Und man lässt sich jetzt als Anfänger schon mal ins Boxhorn jagen, dass man denkt, oh, der Turm kommt und jetzt steht gefährlich, ja. Und womöglich bietet der Gegner noch Chemie an und dann macht man sich da irgendwie so, uiuiui, Gedanken oder so. Aber die guten Spieler, die rechnen einfach konkret. Und die sagen sich, ich ziehe mit dem Springer nach vorne und wenn der Läufer nach R5 geht und jetzt droht ja immer noch Turm C8, der Läufer war ja auch angegriffen, ne. Deswegen Läufer R5. Ich gehe mit meinem Springer nach C6, damit blockiere ich einfach die C-Linie und jetzt droht überhaupt nichts mehr. Im Gegenteil, ich drohe Springer E7-Geschichten. Tja, und noch Dame H4 greift den Turm an, kam Sprenger E7-Geschichten. Und es kam noch König F8. Und jetzt schauen wir uns mal eine kleine Variante an. Weiß könnte jetzt hier zum Beispiel auf F5 schlagen. Und jetzt droht Dame F7, also falls Dame G5 zum Beispiel kommt, ne. Das geht nicht. Wenn jetzt hier dieses Schach käme, ja, dann gehen wir mit dem König zur Seite. Und jetzt droht ja immer noch alles auf G7. Der Bauer kann nicht schlagen, weil der G7 hängt. Und wenn der Springer schlägt, kommt hier oben eben das Schach. Und jetzt D5, D6, ein ganz wichtiges Zwischenschach. Warum ist das wichtig? Die schlagen den Turm, aber jetzt haben wir eben das Feld E4 freigekämpft, respektive diese Diagonale. Und jetzt können wir auch eben weiter angreifen, die Dame auch zur Verteidigung im Zweifelsfalle zurückholen. Und wir haben schon Material ohne Ende mehr mit Weiß, ne. Okay, ähm, zu uns hier nochmal an, was passiert, wenn hier der Springer schlägt. Auch hier ähnliche Ideen, dass jetzt hier dieses Zwischenschach kommt, um diese Diagonale zu öffnen. Auch wenn der Bauer hängt, das stört die Jungs ja nicht. Aber Turm E5 rettet erstmal den eigenen Turm. Und jetzt hängt der E, äh, der AA-Turm. Ja, die Dame kommt problemlos auch zurück zur Verteidigung. Da geht gar nichts mehr für Schwarz. Ja, und, ähm, das alles hatte in der Partie Schwarz natürlich auch bei König F8 erkannt, ne. Und hat die Partie direkt freiwillig selber aufgegeben. Eine fantastische Partie vom Jan, ne. Mit dieser Diagonale. Ein, ein sehr, sehr gefährliches Werkzeug in Verbindung mit dem Königsangriff. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.